Hallo ihr Lieben. Ja, wir ziehen dann wieder los. Im Tage verlassen wir wieder unser trautes Heim hier und laden euch ein zu unserer Singing Medicine Tour. Wir starten am Samstag in Kaufbeulen im Allgäu zur Eröffnung der neuen Räumlichkeits- und Achtsam-Yoga. Und dann haben wir noch weitere Stationen. Spontan sind wir in Jonathan in Chieming am Chiemsee. Und auch diverse andere Sachen, die finden wir jetzt alle in der Newsletter oder auf unserer Webseite www.dbd.com. Medicine!